Ja, jetzt stehe ich hier mit Jan Fischer vom Fraunhofer-Institut. Wir sind immer noch bei Future at Home. Wir haben hier einen ganz futuristischen Zeitgenossen gesehen. Care-Robot 3 lese ich da. Was hat es damit auf sich? Genau, Sie sehen hier einen Service-Roboter, der am Fraunhofer-Institut IPA entwickelt wurde. Das ist mittlerweile die dritte Generation von Service-Robotern. Das heißt, wir entwickeln seit zehn Jahren, sind wir daran, einen Roboter zu entwickeln, der, so wie er jetzt dasteht, als Produktvision eventuell in einigen Jahren bei Ihnen daheim stehen kann. Und was soll mit dem Roboter alles gemacht werden können? Unser Ziel ist zuallererst mal, einfach Holbringdienste zu erledigen. Das heißt, der Benutzer sagt dem Roboter, er möchte zum Beispiel eine Flasche aus der Küche. Der Roboter erkennt dann den Befehl, fährt in die Küche, greift sich die Flasche, stellt die Flasche aufs Tablett und bringt dann durch das Tablett die Flasche zum Benutzer. Ah ja, ich gehe mal davon aus, dabei muss aber die Flasche an der richtigen Position stehen. Nein, wir haben also im Kopf zwei Kameras. Dadurch ist es möglich, Stereo-Vision zu betreiben. Das heißt, wir bekommen Tiefeninformationen durch die Kameradaten und können die Position des Objekts so bestimmen. Es ist natürlich nötig, das Objekt vorher einzulernen. Das heißt, wir geben dem Roboter das Objekt in die Hand. Der Roboter dreht dann das Objekt und kriegt so ein Modell von dem Objekt, wodurch er dann später das Objekt wieder detektieren kann. Ist es etwas, was auch mal den Weg in unsere Heime finden soll oder ist es noch eher etwas Prototypisches nach dem Motto, das geht jetzt, das zeigen wir jetzt einfach mal? Es ist eine Produktvision. Das heißt, wir haben schon Wert darauf gelegt, dass der Roboter, so wie jetzt dasteht, eventuell in einigen Jahren auch bei Ihnen daheim stehen kann. Wobei, das alles ist eine schleichende Entwicklung. Sie haben jetzt diese Haushaltsroboter, diese Staubsaugroboter, die es schon jetzt im Haushalt gibt. Diese werden sich weiterentwickeln, bis Sie dann letztendlich den Care-Robot 3 bei sich daheim stehen haben. So wie er jetzt dasteht, mit allen Komponenten, allen Funktionalitäten, wird es wahrscheinlich noch 20 Jahre dauern. Wenn Sie noch Fragen haben oder Informationsmaterial brauchen, helfen Ihnen meinen menschlichen Kollegen gerne weiter. Vielen Dank. Vielen Dank.